Im Namen der Venus. Was Frauen Männern sagen wollen. Von Jessica Fairlay. Es lesen Jenny Laura Bischof und die Autorin. Achtung! Das folgende Hörbuch enthält Verallgemeinerung. Es soll als Hilfestellung und zu Unterhaltungszwecken dienen. Ich entschuldige mich in aller Form für die Heteronormativität dieses Hörbuches. In den letzten Jahren habe ich hauptsächlich Männer gedatet und kenne mich deshalb auf diesem Gebiet am besten aus. Love is Love. Ich habe mit Menschen gesprochen, nachgefragt und zugehört. Mein Ansatz ist der einer Journalistin, einer Forscherin und einer guten Freundin. Liebe entsteht aus Imagination, einer kreativen Synthese, die darauf abzielt, unsere tiefsten Sehnsüchte und ältesten Träume wahr werden zu lassen, wodurch wir uns erneuern und verwandeln können. Ethel Person Einleitung Wir lieben es auch selbst könnten. Wir lieben, wenn ihr unser größter Fan seid, uns bewundert und stolz darauf seid, uns an eurer Seite zu haben. Und wir lieben es, wie hell ihr strahlt, wenn wir euch zu unseren Helden ernennen. Wir lieben es, wenn ihr uns fragt, ob uns kalt ist und uns eure Jacke anbietet, wenn ihr uns bis zur Haustür begleitet und uns die Tür aufhaltet. Und ja, wir lieben es auch, wenn ihr uns Komplimente macht und wenn eure Augen dabei schüchtern und trotzdem frech aufblitzen. Wir lieben es, wenn ihr uns hinterherschaut. Und wir lieben es, uns für euch schön zu machen, euch zu verführen. Denn wir lieben es, mit euch zu schlafen, euch zu spüren, eure feste Haut, eure Erregtheit und die Enttemptheit, die wir bei euch auslösen können. Wir lieben es, wenn ihr euch um uns sorgt, uns umsorgt und uns versorgen möchtet. Auch wenn ihr wisst, dass wir alles schon selbst im Griff haben. Wir lieben die Mühe, die ihr euch gebt, wenn wir versuchen, euch unsere komplexe Gedankenwelt mitzuteilen. Wir sehen, was ihr alles für uns macht. Wie viel Überwindung, Geduld und Mühe es euch kostet, uns zu besänftigen, wenn wir uns in ungerechtfertigte Eifersucht hineinsteigern. Wir lieben es, wenn ihr an einem unglaublich fiesen Männerschnupfen erkrankt und es zulasst, dass wir euch helfen, wieder gesund zu werden. Wir lieben es, wenn ihr euch von uns trösten lasst und in unserem Arm einschlaft. Oder wenn ihr uns in den Arm nehmt und tröstet. Egal wie unlogisch euch die Gründe für unsere Tränen auch erscheinen mögen. Wir lieben euch als Väter unserer Kinder. Wir lieben, wie ihr sie zu starken, furchtlosen Wesen großzieht. Wir lieben euch. Wir können gar nichts dagegen tun. Es gibt wohl kein Thema auf dieser Welt, das uns mehr beschäftigt, über das hitziger und kontroverser diskutiert wird, als über die Liebe. Die Suche nach der Liebe ist ebenso wichtig wie das Streben nach Glück, die Frage nach dem Sinn des Lebens oder der Umgang mit dem Tod. Nicht umsonst gibt es unendlich viele Datingportale und Apps, Liebesratgeber, Beiträge in den sozialen Medien, Videos und vieles mehr, was das Thema in seinen unendlichen Facetten immer wieder aufgreift und dem Zeitalter entsprechend neu einordnet. Nicht umsonst gibt es unzählige Liebescoaches und Sexualtherapeutinnen, die mittlerweile wie Superstars gehypt werden, und Dating-Gurus, die Kurse mit Tricks und Tipps für Singles geben. Sie alle stellen sich den Fragen, die viele nicht mehr loslassen. Warum fällt es den Menschen so schwer, ihre Liebe zu bewahren? Warum verliebe ich mich immer in die falsche Person? Wie hält man die Spannung in einer modernen Beziehung aufrecht? Wie lernt man heutzutage jemanden kennen? Und was zum Teufel ist im Moment mit den Männern und Frauen los? Die Verunsicherung ist groß. Die Fronten scheinen verhärteter denn je. Der Geschlechterkrieg ist in vollem Gange. Die Kluft zwischen Mann und Frau wird immer größer. Was früher als feste Regel galt und im Umgang zwischen den Geschlechtern als normal empfunden wurde, ist längst komplett über den Haufen geworfen worden. Über alles wird geredet und verhandelt. Alles wird bewertet und verurteilt. Das wirft unglaublich viele Fragen auf und sorgt für Unsicherheit. Besonders bei Singles und Heranwachsenden, die gerade ihre ersten Berührungen mit der Liebe haben. Frauen haben es satt, sich mit weniger zufrieden zu geben, als es die Männer tun und weisen ihre Partner Anklagen zurecht. Männer trauen sich nicht mehr, Frauen anzusprechen, weil sie in TikTok-Videos junge Frauen sagen hören, dass sie sich durch ein Hey, wie geht's? belästigt fühlen und Männer deshalb des Catcallings beschuldigen. Männer haben es verlernt, die Signale einer Frau zu deuten und Frauen die Signale deutlich genug auszusenden. Viele Frauen haben überhaupt keine Idee mehr, wo sie noch einen potenziellen Partner finden könnten, wenn sie keine Lust auf ihre Arbeitskollegen, Kommilitonen, auf Freunde oder den Cousin der besten Freundin haben. Es gibt unzählige Frauen, die es verärgert, dass ihnen die Männer die Tür nur so lange aufhalten, bis sie ihnen die Tür zu ihrem Schlafzimmer geöffnet haben. Viele Männer fühlen sich in ihrem Ego so gekränkt und sind so entmutigt, wenn sie einen Korb kassieren, dass sie sich gar nichts mehr trauen möchten. Frauen und Männer sind frustriert darüber, wie schnelllebig das Datingverhalten geworden ist und wie schnell man abgesägt wird. Hinzu kommt, dass einem das Internet suggeriert, die Auswahl an potenziellen Partnern sei riesig. Verlockend ist das Angebot in einer Konsumwelt, die auch in Sachen Liebe und Partnerwahl unbewusst unseren Appetit immer wieder anregt und uns von der Frage »Auf was habe ich wirklich Hunger?« ablenkt. Nicht wenige zeigen sich erstaunt darüber, wie viele flüchtige Bekanntschaften sich ein Single ganz ungezwungen eigentlich gleichzeitig warm halten kann. Die Liste der Enttäuschungen ist endlos lang. Und mit ihnen gehen Schmerz, Frust, Verbitterung, Argwohn und Resignation einher. Die Schuld dafür wird beim jeweils anderen Geschlecht gesucht, statt das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen. Viele suchen den vollkommenen Partner und vergessen darüber ihre eigenen Schwächen. In der Liebe scheinen wir uns neuerdings mit dem Scheitern am besten auszukennen. Noch nie war unsere Identitätssuche so stark mit der Partnerwahl verknüpft. Entwicklungen wie Online-Dating und soziale Medien, die Veränderungen bei den Geschlechterrollen, der Feminismus und die Emanzipation tun ihr Übriges, die Unsicherheiten, besonders bei Männern, zu schüren. Doch während die Welt sich ständig wandelt, bleibt unsere Natur die gleiche. Denn unser Hirn entwickelt sich nicht so schnell wie unser soziales Umfeld. Und doch ist nach wie vor für viele das Einzige, was bleibt und zählt, die Sehnsucht nach einer tiefen Liebesbeziehung, nach einer Verbindung, nach einer Seelenverwandtschaft. Und so entstehen täglich neue Beziehungen. Jede Minute, jede Woche, jeden Monat, Jahr für Jahr. Es könnte so einfach sein, einen passenden Partner zu finden, wenn es nicht so schwer geworden wäre, sich einander zuzuwenden. Wenn wir doch nur lernen könnten, das eigene sabotierende Ego schneller zu erkennen. Wenn wir doch nur lernen würden, Ehrlichkeit zu schätzen und zu ertragen, anstatt dem anderen ein toxisches Motiv zu unterstellen. Wenn wir doch nur unsere wunden Punkte offenbaren würden, damit wir uns gegenseitig besser verstehen, anstatt uns zu verletzen. Wir alle müssen an uns arbeiten. Wir alle haben blinde Flecken. Eischi Basette. Vielen Dank.